Sportliche Fahrfreude, bahnbrechender Luxus, elegantes, innovatives Design. Formvollendet setzt das neue BMW 6er Cabrio Maßstäbe im Premium-Segment. Auf den ersten Blick erinnert es an die langgestreckte, elegante und zugleich sportliche Silhouette eines BMW Gran Turismo. Von vorne betrachtet wirkt das Fahrzeug breiter. Die Fahrzeugnieren waren noch nie so niedrig platziert. Und der Fahrzeuggrill ist breiter als beim BMW 5er oder der 7er Reihe. Dasselbe gilt für das Heck und die Heckleuchten. Im Inneren glänzt der 2 plus 2 Sitzer mit hochwertigen Materialien und einem ergonomisch angepassten Cockpit. Neu ist das freistehende Control-Display, in dem die neuesten BMW Connected Drive-Funktionen integriert sind, wie etwa das Head-Up-Display in 3D und Multikolor. Das optimierte, elektronisch betriebene Textilverdeck in charakteristischer Finnenoptik erlaubt exzellente thermische Isolierung und besten Komfort über das ganze Jahr. Zur Markteinführung stehen zwei kraftvolle Antriebseinheiten zur Wahl. Ein V8 und ein rein 6-Zylinder-Antrieb. Serienmäßig enthalten ist das vielfach preisgekrönte Technologie-Paket BMW Efficient Dynamics. Das neue BMW 6er Cabrio. Die Neuauflage einer über 70 Jahre alten Cabrio-Legende aus dem Hause BMW. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.